Heyo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und heute mit dabei ist natürlich mein Bruder. Und heute werden wir so, ja man kann sagen, unser Baumhaus reparieren, weil das ist da alles schon uralt und wackelig. Als erster werden wir mal die Wände da abmontieren. Und heute werden wir so, ja. Und heute werden wir so, ja. Und als nächstes ist das da dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mein Bruder hat jetzt schon keine Lust mehr. Für heute war es das Mal. Ich bin da jetzt soweit fertig. Ich muss dann jetzt nur mal das Holz wegräumen und dann geht es morgen weiter. So Leute, es ist ein neuer Tag und wir werden natürlich heute wieder weitermachen und als nächster werde ich mal da diese Platte da abschrauben. Und als nächster. 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 Bruder, was sagst du? Nein. Du hast genug gearbeitet. Das kann so nicht weitergehen. Bis so. Jetzt muss ich nur mal da abschrauben und dann bin ich eh schon fertig. Weil das da, das lasse ich so. Ich bin jetzt endlich fertig. Jetzt muss ich nur mehr das alles da zusammenräumen. Fürs Erste bin ich mal fertig und dann würde ich sagen, beende ich auch an der Stelle das Video, Leute. Tschau.